Ja, es ist jetzt so eine Flut an Videos erschienen, die alle sozusagen die Irrtümer in der offiziellen Corona-Darstellung aufgedeckt haben. Und das lohnt sich gar nicht mehr, sich damit auseinanderzusetzen. Am Ende gilt das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass die zweiten Scientists for Future 2 sagen, hier ist der Arzt, der sich nicht irrt, der in der Wahrheit ist, den Leuten sagt, wie sie sich gesund ernähren sollen, viel Obst, viel Gemüse, Vitamine und so weiter, Vitamin D3, K2 und so weiter. Also gesunden Lebensstil, ja sozusagen, der erzeugt sich nicht selber Dauerpatienten und Dauerkunden und so weiter, sondern er hilft den Leuten, also sich daran zu erinnern, ihr Immunsystem gesund zu halten. Er warnt vor den modernen Lebensmittelhändlern und macht klar, dass das eben keine immunstärkende Nahrung ist, sondern nur das Naturbelassene, die immunstärkende Nahrung ist. Ja, das ist der wahrheitsorientierte Arzt. Und der direkt im Wettbewerb zu ihm stehende, der tausendste Arzt der Evolution, der hat sich halt geirrt und hat gesagt, nein, also die Leute, die können ruhig die ganzen Chemie-Cocktails von den Lebensmittelhändlern essen, kein Problem. Das ganze Zeug ist nicht so gefährlich, wie man denkt, sozusagen, wie alle Wissenschaftler schon längst wissen, alle richtig guten Wissenschaftler längst wissen, sondern ja, den Leuten, den mangelt es nur an Impfungen, an Tests, an Medikamenten, an Medikamenten-Cocktails, an aggressiven Chemotherapeutika. Und die muss ich den Leuten zur Verfügung stellen. Und in dem Moment, wo er das macht und die Leute, die Symptome weiterhin getrieben werden durch die krankmachende Ernährung, ja, und den insgesamt krankheitsförderlichen Lebensstil und so weiter, und dadurch hat er ständig die Praxis voll mit Dauerkunden, sozusagen, mit Dauerpatienten, die immer wieder kommen müssen, denn die Ursachen zeigen sich in immer neuen körperlichen Schäden, sozusagen. Und ja, und der verdient richtig gut, kann viele Kinder ernähren, kann letztendlich den hier auskonkurrieren, kann den wirtschaftlich platt machen, kann sozusagen, wenn es darum geht, wer kriegt die Praxis, kann der mehr Mieter anbieten, der kann damit nicht mithalten und der wird rausgedrängt, weggedrängt und irgendwann macht er, macht es irgendwie, sein Urenkel macht dann die Praxis zu, weil die Familie völlig verarmt ist, ja. Und hier entsteht eine ganze Dynastie von Medizinprofessoren, die uns dann jetzt im Fernsehen ihre Irrtümer erzählen und diese Irrtümer laufen immer automatisch darauf hinaus, dass insgesamt die Medizinindustrie und die pharmazeutische Industrie gut verdienen werden, ja. Ich gehe also deswegen, weil das so selbstverständlich und so klar mittlerweile ist und so eindeutig gehe ich jetzt nur mal ganz kurz über die Texte hinweg, also eigentlich ist das Thema durch, ne. Also nur noch mal kurz meine Bemerkung, ja, nach den Bahnhofklatschern sind bei uns jetzt hier um 21 Uhr immer die 21 Uhr Klatscher zu hören, ja. Also das ist kein Unterschied, da wird einfach das, die Irrtümer, die die Medizinindustrie hat, die werden halt nochmal bejubelt und beklatscht, ne. Ja, und dann von Russland seien die Daten so, dass dort weniger Lungenentzündungen seien als sonst. Also auch wieder ein Hinweis, wenn man nicht viel tut und keine Panik macht, dann passiert auch nicht viel, ne. Ja, man hat halt sozusagen früher den Fehler gemacht, die Politik hat man bei der Schweinegruppe nicht zu Maßnahmen gebracht, dadurch erkannte die Bevölkerung die Harmlosigkeit und man konnte nichts mehr verkaufen. Aber das hatten wir ja auch schon wieder zum x-ten Mal. Also Sie merken, es wiederholt sich alles nur noch. Also wie gesagt, zig Videos, die alle das Gleiche wiederholen. Der Wahnsinn. Man will verdienen, indem man all die leeren Betten jetzt an die Italiener vergibt. Ja, jetzt werden Italiener eingeflogen. Angeblich sind wir doch kurz vorm Anschlag. Und wenn wir kurz vorm Anschlag sind, warum ist dann nicht alles voll? Ja, also, aber nein, man vergibt die leeren Betten an Italiener, damit man wenigstens überhaupt was abrechnen kann, ja. Und man will eben insgesamt nicht lockerlassen, bis nicht die Zwangsimpfung genügend Geld gebracht hat. Oder eben, man muss ja die Leute, wenn es keine Zwangsimpfung wird, dann muss man die Leute wenigstens so lange in Angst halten, dass sie von selbst aus freiwillig sich impfen und entsprechend dann richtig schön dafür bezahlt wird. Denn am Ende ist es so, niemand tut da irgendetwas, für das er nicht fürstlich bezahlt wird. Ja, Harald Lesch, das hat sich auch, da ganz viele Videos zu Harald Lesch, ich dachte, wir wären da die Ersten. Nein, da gibt es auch, gibt es schon danach jetzt jedenfalls andere, die also auch erkannten, Ja, das ist halt, der Harald Lesch ist halt der Pharma-Referent in Rhein-Person. Wie wäre es mit einem Aufsichtsrat nach der Krise, wie wäre es da mit einem Aufsichtsrat-Posten für Herrn Lesch in der Pharmaindustrie? Das würde doch passen, ne? Für jemanden, der so gläubig alles unnaturwissenschaftlich, unhinterfragt glaubt und übernimmt. Also bei Harald Lesch, auch in seinen Videos, kommt immer nur das Gleiche. Ja, diese Leute, die wissen doch, von was sie reden, dem müssen wir doch nur glauben. Ja, also ein echter Naturwissenschaftler glaubt nicht, sondern der hinterfragt. Ja, und in Schweden, da gab es einen Bericht über Schweden, ich glaube, Weltspiegel oder so ähnlich. Und da wurde, da hat sich wieder das öffentlich-rechtliche Fernsehen so ein bisschen verraten. Da sollten sie den Journalisten mal auf die Finger hauen, denn die haben verraten, aha, in Schweden hat man nur zu den Älteren gesagt, sie sollten die Kontakte meiden, denn sie sind die Gefährdeten. Ja, also das heißt, man hat die Älteren angeregt dazu, soziale Kontakte zu meiden. Und dann hat man noch gesagt, ja, hier, wer krank ist, soll doch bitte zu Hause bleiben. Ja, wer irgendwas hat, irgendwas Schnupfenmäßiges, Erkältungsmäßiges, der soll doch dann einfach zu Hause bleiben. Ja, und alles andere läuft in Schweden weiter. Die sitzen in Cafés, zehn Zentimeter an zehn Zentimeter, all die Leute und so weiter. Jetzt müsste es doch da Leichenberge geben. Angeblich ist doch Corona, unsere Greta Thunbergs ist, denkt doch, sie sei infiziert von Corona. Und in Schweden gibt es doch angeblich nachweislich, mit diesen sozusagen völlig unzuverlässigen Tests, wird doch behauptet, es gebe massig auch Corona in Schweden. Aber jetzt müsste es doch dann Leichenberge geben, weil bei den Übertragungsmöglichkeiten, die in Schweden das Virus hat, müssten doch jetzt alle tot umfallen. Aber die Sterbezahlen sind immer noch extrem gering, ungewöhnlich gering. Ein Bericht, ein anderer Bericht zeigt leere Krankenhäuser. Und dann schildert der Journalist, das Personal sei entsetzt über die Falschberichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien. Sie sind gar nicht so am Anschlag. Ich weiß nicht, wie diese Bilder so konstruiert werden oder wo diese Bilder herkommen. Also auf jeden Fall das, was ich da gesehen habe, sind, anstatt dass da überall sich auf den Flüren und Gängen und in den Hallen die Massen an Patienten stapeln, ist da null los, gar nichts, alles leer. Ja, und dann, ja, wie ist das mit dem, ja, mit den Ski, da war was, also mit den Skigebieten, ja. Wo sind da die Toten, ja, also jetzt in den Skigebieten sagen sogar die Schweden, dass sich da jetzt ja viele anstecken. Aber wo sind denn da bitte schön die Toten? Mich interessiert doch nicht angeblich Infizierte. Und wenn dann einer tot ist, interessiert mich immer noch, ob die Ärzte ihn umgebracht haben durch aggressive Medikation, durch falsches Vorgehen und so weiter. Ja, denn wer untersucht jetzt naturwissenschaftlich, ob nicht die Ärzte dann eben, ich habe es ja eben die Beweisführung gemacht, dass alles sozusagen sich um gefährliche Irrtümer handelt und wenn ich auf eine gesamte Medizin auf der Basis von gewinnbringenden Irrtümern habe, dann ist doch klar, dass dabei natürlich auch viele dann, die ins Krankenhaus kommen, dann auch getötet werden können. Gar nicht zu reden von den tödlichen Krankenhauszusatzkeimen und so weiter. Also das heißt also, wir haben hier lauter Hinweise, dass das alles natürlich ein Riesenirrtum ist. Aber wir dürfen den Leuten nicht unterstellen, dass das jetzt absichtlich und als Verschwörung gemacht worden sei. Nein, das ist einfach so, das ist eine ganz einfache Sache. Jede kapitalistische, sozialmarktwirtschaftliche, freisozialmarktwirtschaftliche Wirtschaftsform erzeugt systematisch lauter Irrtümer. Und diese Irrtümer, an die glauben nun mal die Journalisten, weil die den Irrtum gelernt haben, dass man Experten vertraut, weil anstatt sich zu sagen, ich werde mich doch nicht von, ich werde doch nicht einen Bock zum Gärtner machen und werde denjenigen, der sich daran bereichern kann, wenn er mich entsprechend berät, den werde ich doch nicht zum Experten erklären. Aber genau das ist in unserer Gesellschaft üblich. Auch Harald Lesch erklärt ja einfach nur die Leute zu Experten, die richtig Geld damit verdienen, wenn sie uns bestimmte Sachen, unsere bestimmte Irrtümer rüberbringen. Und das ist eben ganz normal in der sozialen Marktwirtschaft, deswegen muss sie ja auch beendet werden. Ja, erst ab dem ersten Kontakt zur Medizin besteht die Gefahr, durch Medizin getötet zu werden. Also töten ist dabei allerdings nie Ziel, nur das Schädigen. Also hier, also diese Irrtümer, dieser erste Arzt, der sich geirrt hat, der hat ja die Leute nicht getötet, denn dann wären ja seine Kunden weg gewesen. Es geht um die Schädigung und die Verwandlung in Dauerkunden. Nur wenn Sie einen 80-Jährigen, der fünf Vorerkrankungen hat, leicht schädigen, dann reicht das auch, um ihn zu töten. Und Dr. Köhnlein hat ja ganz klar gesagt, die Therapie, die da im Lens skizziert worden ist, die ist an sich schon tödlich, auch bei etwas, nicht nur bei 80-Jährigen. Und dann Afrika, der Bericht aus Afrika. Bevor die Leute in Afrika verhungern, werden sie weiter arbeiten gehen. Und das heißt, Afrika wird uns jetzt zeigen, jetzt müssten die ja alle in Afrika sterben wie die Fliegen. Denn überall haben sie auch Corona. Denn überall, die Welt ist ja überall durchlässig geworden. Die haben in jedem Staat in Afrika auch Corona. Und da aber jetzt die Leute, bevor sie verhungern, einfach weiterarbeiten werden und wieder Infektionsmöglichkeiten ergeben, müssten jetzt ja die afrikanischen Staaten unter Bergen von Toten ersticken. Ganz unabhängig davon, ob sie viele dann in den Krankenhäusern noch den Rest bekommen. Aber viele hätten ja dann auch gar nicht das Geld, um die Krankenhäuser zu bezahlen. Das heißt, die müssten ja dann auf der Straße sterben oder in ihren Hütten sterben. Und dann müssten die Familien ja die ganzen Toten rauslegen auf die Straße. Und dann müssten diese Toten ja abtransportiert werden. Aber bis jetzt ist null davon zu sehen. Das bedeutet, dass immer noch der Beweis fehlt, dass dieser Virus eine höhere Durchschlagskraft hat als ein ganz normaler Grippevirus. Also, ja. Ja, dann sagt der eine Arzt, wenn ich viel teste, werde ich natürlich viel finden. Da hat er natürlich recht. Nicht besonders, wenn der Test 50% falsch positive Ergebnisse bringt. Und jetzt kommen wir, ja, also noch ein Schluck Wasser. Dann hake ich jetzt doch mal das Thema erst mal vorläufig ab. Also, eigentlich ist es langweilig. Gewinnbringende Irrtümer infizieren als Viren des Geistes im Rahmen des Kapitalismus in der freien sozialen Marktwirtschaft. Das Dr. Markus Krall infizieren die Köpfe der Massen, der Journalisten und alle dazu. Alle Politiker, alle Journalisten, alle Massen werden am Nasenring durch die Manege gezogen und werden sozusagen zu Kunden der Medizinindustrie und der pharmazeutischen Industrie. Und man will ja jetzt unbedingt das Ganze so lange aufrechterhalten, bis man die Impfungen abgerechnet hat. Denn sonst wäre das ja das große Geschäft ja wieder wie bei der Schweinegrippe der Medizinindustrie entgangen. Und das darf nicht sein. Also, soweit vorläufiger Abschluss. Es langweilt tausende von Videos, die alle das Gleiche sagen, das ist ein Irrtumsgebäude. Manche mit Verschwörungstheorien, manche ohne und so weiter. Sachlich, naturwissenschaftlich sind das einfach Irrtümer und Menschen, die an Irrtümer glauben. Und das Ganze ist schädlich für alle. Und besonders auch, liebe Milliardärskönige, ja, ihr, die ihr eben nicht Großaktionäre von Pharma- und Medizinindustrie seid, ihr werdet jetzt gerade geschädigt, lasst euch das nicht gefallen, tut euch mit den zweiten Scientists for Future 2 zusammen und beendet dieses teuflische System, in dem sich, in dem jeder Milliardärskönig, alle anderen Milliardärskönige immer wieder schwerst schädigt. Und jetzt haben wir nur, jetzt könnt ihr es wahrscheinlich an euren Zahlen ablesen, wie ihr gerade geschädigt werdet. Obwohl angeblich BlackRock das ganz geschickt macht mit Leerverkäufen. Angeblich haben sie es sozusagen darauf gewettet, dass die Kurse fallen. Und dadurch hat man, können sie dann auch noch an den fallenden Kursen verdienen. Ja, eben die Cleveren verdienen halt auch an allem. Aber jetzt kommen wir dann eben zu dem Plan B. Die haben jetzt den Fehler gemacht, quasi kostenlos ihr Hörbuch ins Internet zu stellen. Jetzt Andreas Popp und Rico Albrecht von der Wissensmanufaktur haben ihren Plan B eingestellt. Und dann wird natürlich schon nach wenigen Sätzen wurde mir deutlich, wo die Denkfehler sind. Und wie bei Christian Felber mit seiner Gemeinwohlökonomie ist der Plan B nur eine etwas. Man könnte sagen, während dieses vielen Linksaußenträumereien, wie die Gemeinwohlökonomie so mit ihren Traumanteilen, wären das also sozusagen eigentlich sozusagen so eher den Ganzarmen in der Gesellschaft dienen. Also sozusagen das frühere marxische Proletariat bedienen sozusagen mit ihrer Propaganda und mit ihrem Neidgeschehen und mit ihren diebischen Elementen, Diebstahlselementen und so weiter. ist bei Andreas Popp und Rico Albrecht das Ganze, denn die werden ja auch eher so als eher leicht rechts eher eingestuft. Da ist es eher so, dass es der Aufstand des Mittelstandes ist und der Versuch, den Mittelstand dazu zu bringen, eine diebische Grundhaltung gegenüber den Fähigen der Gesellschaft, den Milliardärskönigen aufzurichten. Also das heißt, es ist einfach nur eine andere Variante der diebischen Sozialismusformen. Und zwar beklagen, beklagt Andreas Popp und Rico Albrecht, sie beklagen also die ständige Umverteilung von fleißig nach reich, damit in Wirklichkeit die fleißig, was ja ein sehr positiv besetztes Wort ist, in Wirklichkeit ist es so, dass die sogenannten fleißig, die wenig Fähigen der Gesellschaft, die deswegen auch etwas mehr arbeiten müssen als viele andere und die Reichen sind halt die Hochkompetenten, bei denen alle alles kaufen wollen und alles mieten wollen bei denen. Ja, und die natürlich möchten jetzt einfach die fleißigen, also die heißt die wenig Fähigen, die wenig Fähigen sich an dem Reichtum der Hochkompetenten bedienen und von denen was wegnehmen. Nein, nur Verrückte, also welcher vernünftige Milliardärskönig wird sagen, welcher Milliardärskönig wird sagen, ah toll, dieser Plan B von Rico Albrecht und Andreas Popp, da werde ich als Reicher beschimpft, als leistungslos Einkommenbeziehender beschimpft. Meine ganze Lebensleistung und die meiner Familie, meines Vaters und Großvaters wird völlig missachtet und es wird so getan. Also dann, wenn wir die Ernte einfahren wollen, nachdem wir lange gesät haben, über Generationen gesät haben und jetzt wird die Ernte eingefahren, dann wird gesagt, das handelt sich um ein schmutziges, leistungsloses Einkommen. Das klingt genauso, genauso wie bei Karl Marx. Ja, das sind ja die bösen, 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 üblen Mehrwertabschöpfer, ja, und so weiter, die von den Fleißigen alles wegnehmen und so weiter, ja. Und ja, das heißt, das ist es eigentlich nur, dass eben hier nicht das edle Proletariat ganz unten gemeint ist, sondern man versucht mit dieser Ideologie den Mittelstand zu gewinnen, sozusagen. Also zumindest mal die mittleren, mittleren, wenig Fegen der Gesellschaft aufzuhetzen gegen die Milliardärskönige. Und wahrscheinlich wollen dann Andreas Popp und Rico Albrecht dann die neuen Herrscher sein, wenn dann eben die Milliardärskönige alle, wenn man denen alles weggenommen hat, ne, und so. Ja, es ist also ein lächerlicher, ein einfach nichts anderes als ein lächerlicher anderer Angriff auf die Milliardärskönige. Und dann kommt dann, ja, dann spricht das sogar noch von bedingungslosen Grundeinkommen, wobei wissenschaftlich immer noch ja noch gar nicht geklärt ist, ob das nicht zum Hockenbleiben auf dem Sofa verführt und ob das tatsächlich zur Aktivierung der Gesellschaft führt oder zur Passivierung der Gesellschaft, ne, wissen wir nicht. Und dann irgendwie Gerede von Abschaffung aller Steuern, ja, also man sollte ja nicht einfach mit einem Kahlschlag einfach alles kaputt hauen, sondern das müsste man dann, wenn dann mit Bedacht, müsste man Änderungen machen, ja. Ja, also was ist der Grundfehler wieder? Wie bei Christian Fellber mit der Gemeinwohlökonomie, sie können, genau so können Rico Albrecht und Andreas Popp wieder nicht verstehen, die Liebe zu den, sozusagen, zu den Milliardärskönigen, zu den Fähigen der Kommune, ja. Also sie verstehen nicht, dass wir alle, einmal alle zusammengehörten, dass wir also hier sozusagen den ersten Händler hatten, der sagte, noch in der Wahrheit lebte und sagte, ach, ist ja so toll, dass ihr alle so in der Kommune lebt und dass ihr natürlich die Fägen in der Kommune, die euch die leckersten Früchte finden für euch und euch schenken und so weiter, dass ihr die selbstverständlich mehr liebt als die Unfähigeren in der Gruppe, das ist ja ganz natürlich so, das muss auch so sein und soll auch so sein und ist ja auch alles in Ordnung und ist doch toll, ist was, dass ein tolles Gefühl ist, wenn dann wieder mal so ein, der fähigste oder die fähigste Person der Gruppe mal wieder die Gruppe zu einem herrlichen Fruchtraum geführt hat und dann alles den Frauen und Kindern geschenkt hat, seinen Fruchtraum ihn also nicht akkumuliert, sondern verschenkt an die Gruppe und ist doch klar, dass die Gruppe dann aus Begeisterung über diese herrlichen Früchte und gleichzeitig natürlich ein stärkeres Liebesgefühl gegenüber diesem Fägen in der Gruppe sozusagen entwickelt. Und diese Fägen damals, das sind die Vorfahren der heutigen Milliardärskönige. Nur eben, dass dann nicht verstanden wird, wie kam es denn dazu, dass aus dieser Kommune sozusagen eine Spaltung zwischen Arm und Reich wurde. Na, das ist ganz einfach, habe ich schon tausendmal erklärt. Hier, dieser Händler sagt, ja, also toll ist das alles mit eurem Geschmuse und mit eurem Liebhaben und so weiter und eurer Achtung und eurem Respekt vor den Fägen eurer Gruppe und so weiter. Denn die, wenn die weg wären, dann würdet ihr wahrscheinlich Hunger nagen, weil dann würdet ihr nur noch selten schöne Fruchtbäume finden sozusagen, wenn eure Fähigsten weg wären. Also deswegen bedankt euch herzlich bei denen, ja. Und dieser Händler hier da, der sagt, ach, ist das alles eklig und widerwärtig. Dieses ständige Geschmuse und dieses Abschlecken der Fägen und dieses ewige Stillen der Babys. Widerlich, ekelhaft, Körperkontakt, pfui und so weiter, ja. Und die Kunden, die das hören, die werden eingeschüchtert und schmusen etwas weniger. Dadurch verlieben sich, also sozusagen fühlen sich in diesen Kommunen die Vorfahren der Milliardärskönige, die Fähigsten der Gruppe, nicht mehr geliebt, haben nicht mehr so viel Sex wie vorher und so weiter und sehen keinen Grund mehr, warum sie in der Kommune bleiben sollten, machen ihr Ding, tun sich zu Männerbünden zusammen und betreiben eigene Handelsgeschäfte und fangen jetzt an, anstatt die Bäume an die Frauen und Kinder zu schenken, fangen sie an, die Güter zu akkumulieren und werden jetzt halt zu Milliardärskönigen. Und jetzt gibt es nur einen Weg zurück. Wir müssen den Milliardärskönigen klar machen, wir dürfen sie nicht beschimpfen als leistungslose Einkommensbezieher, sondern wir müssen die Milliardärskönige sozusagen, denen müssen wir ganz klar sagen, hier, wir wollen euch wieder Lebensqualität, Gesundheit und Langlebigkeit, viel mehr Gesundheit, viel mehr Lebensglück und viel mehr Langlebigkeit schenken sozusagen und lasst uns deswegen gemeinsam mit den zweiten Scientists for Future 2 dieses teuflische kapitalistische System, die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall endlich beenden, damit auch ihr wieder richtig glücklich werden könnt, also sozusagen das ist unsere einzige Chance, zu einem Wandel zu kommen. Also über jeder vernünftige Milliardärskönig wird über das, was ein Christian Fellmer mit der Gemeinwohlökonomie an versteckten Enteignungskonzepten anbietet, da wird immer der Milliardärskönig sagen, ach Nachtigall, ich höre die Trapsen, die wollen mich wieder nur bestehlen, da kennen sie mich aber schlecht. Und genauso diese Andreas Popp und Rico Albrecht mit ihrem Plan B, die merken sofort, die wollen uns nur enteignen. Und jetzt zum Schluss mache ich noch den Zinsirrtum von Andreas Popp, der ist ja in dieser leicht rechten Szene ja auch so beliebt, der Weg, der Versuch über Zinsgeschichte die Milliardärskönige zu enteignen, ja. Wie funktioniert das? Also wir haben hier also sozusagen eine alte Oma, die hat ihr ganzes Leben schwer geschuftet und die hat 200.000 Euro angehäuft. von denen möchte sie sich einen schönen Lebensabend machen, ja. Und auch einiges immer flüssig bleiben, damit sie ihre Enkel gezielt unterstützen kann und ihre Urenkel und so weiter, ja. Was ihr dann Freude macht und so weiter, die ja auch ihre eigenen Gene weitertragen. Jetzt kommt dann der Andreas Popp und sagt, nein, also Zins ist ganz schlecht, also verleihe doch deine 200.000 Euro einfach an 10 Leute a 20.000 und nimm keine Zinsen dafür, denn Zinsen sind schmutzig und böse. Und dann sagt die Oma, ja, also das mache ich, ja, das mache ich, ja. Herr Popp, Herr Albrecht, Sie haben recht, der Zins ist schmutzig, ne. Ja, und dann verleiht sie 10 Leuten 20.000 Euro, zwei von denen können es nicht zurückzahlen, sie verliert 40.000 und hat nur noch 160.000 und so geht das eine ganze Zeit lang weiter und am Ende hat sie 0 Euro, kann ihre Enkelkinder und ihre Urenkel nicht mehr unterstützen und kann sich selber keinen schönen Lebensabend mehr finanzieren, ja. Also die ist die Gearschte sozusagen. Und die andere Oma, jede andere vernünftige Oma wird aber sagen, Herr Albrecht, spinnen Sie, wenn ich 10 Leuten 20.000 Euro verleihe, dann muss ich damit rechnen, dass zwei Leute das nicht zurückzahlen können. Also muss ich Zinsen in der Höhe erheben, dass mir die achten anderen so viel Zinsen bezahlen, dass ich quasi 40.000 Euro Zinsen gewinne und damit kann ich dann selbstverständlich den Verlust von zwei Nichtzahlern sozusagen, kann ich ausgleichen, ja. Und dann verliere ich nichts. Und außerdem, warum soll ich jetzt, lieber Herr Albrecht und Herr Popp, warum soll ich jetzt denn den Leuten das leihen, nur um am Ende wieder 200.000 zu haben? Ich habe doch hart gearbeitet und ich möchte jetzt, wenn ich schon mein Geld anderen Leuten leihe, die nicht sogar hart gearbeitet haben, dann möchte ich, dass die mir von dem, was sie mit dem Geld erwirtschaften, natürlich auch noch einen Zinszuschlag dazugeben. Also nicht nur den Risikoausgleich, sondern ich möchte es selbstverständlich haben, als clevere Großmutter und Oma und Uroma, möchte ich natürlich, dass die mir noch von dem, mit dem, was ich ihnen leihe, mit den jeweiligen 20.000 Euro, ziehen die ein Geschäft hoch, ja, und verdienen damit Geld und davon möchte ich einen gewissen Prozentsatz haben und deswegen, also in dem Zins muss also noch eine Beteiligung an deren Geschäft drin sein, ja, sozusagen. Und dann habe ich am Ende 220.000 statt 200.000 und kann meine Enkel besser beschenken und kann mir einen schöneren Lebensabend leisten. Und jetzt schlechte Nachricht an Rico Albrecht und Andreas Popp. Die meisten Omas sind so clever. Die fallen nicht auf sie rein. Die würden nie auf sie reinfallen. Die würden merken, dass sie ihnen einfach alles wegnehmen wollen, dass sie sie bestehlen wollen. Und so clever sind die Leute dann doch noch, dass sie irgendwann merken, dass dieser Plan B ein Diebstahlsplan ist. So ähnlich wie der Karl Marx's Diebstahlsplan, wobei der dann ja noch auch mit Raubmord einhergegangen ist, die Leute gleich totzuschlagen und dann zu berauben. Ja, also ich fasse zusammen. Corona ist abgeschlossen und jetzt können wir auch Plan B und Andreas Popp und Rico Albrecht eigentlich zu den Akten legen. Alles völliger Quatsch, völlige Irrtumsgebäude. Und die glauben wirklich daran, dass man so eine Gesellschaft aufbauen könnte auf Neid, auf Missgunst, auf Wegnehmen, auf Diebstahl und so weiter. Und vor allem akzeptiere, verstehen sie gar nicht, dass die nun mal hier, die unsere geliebten Milliardärskönige, nun mal die Welt beherrschen. Und dass die sich nicht einfach ein Staatskonzept andrehen lassen werden, indem sie enteignet werden. Bei dem Konzept der zweiten Scientists for Future 2 kriegen die Milliardärskönige genauso wie jeder andere auch die sogenannte Wohlfühlstimme, eine zusätzliche Wahlstimme und die gesamte Wirtschaft, also auch alle anderen Milliardärskönige, müssen, wenn sie gut verdienen wollen, müssen, dass die Lebensqualität, die Gesundheit und die Langlebigkeit jedes anderen Milliardärskönige, Königs, aber auch jedes anderen Menschen maximal fördern. Und nur so sozusagen kann man einen Staat aufbauen, indem man den Milliardärskönigen ganz klar erklärt, wo die Vorteile sind der neuen Wohlfühlstimme und wo die persönlichen Vorteile für sie selber sind und dass eben niemand ihnen an ihr Geld will und an ihren Besitz und an ihr Eigentum will, sondern dass, wenn sie später Lust haben, wieder und dann irgendwie von sich aus Lust haben, in so einer Urkommune, urkommunistisch, ursozialistisch zu leben, dass sie dann gerne wieder anfangen können, wie damals es alle Menschen gemacht haben, alles den Frauen und Kindern ihrer geliebten Kommune zu schenken. Denn was sollen sie mit dem ganzen Plunder, wenn sie es nicht ihren Frauen und Kindern in der Kommune schenken? Und da sie ja die Fähigsten in der Kommune sozusagen sind und die am meisten mitbringen, werden sie natürlich auch am meisten geliebt. Und dadurch resultiert biologisch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sie die Väter der meisten Kinder in den Kommunen sind. Und dann, ja, dann werden sie alle glücklich und zufrieden sein und dann geht die Schere zwischen Arm und Reich von selber zusammen. Aber weil dann die Milliardärskönige das verschenken wollen an ihre geliebten Frauen und Kinder ihrer Kommune sozusagen, aber nicht, weil man ihnen sie bestehlen will durch einen raffinierten Trick, den man dann Plan B nennt. Plan Beute machen. Ja, also gut. Also die Welt der Irrtümer mal wieder beleuchtet. Ja, und Corona, wie gesagt, ist ja eigentlich durch. Das sollte jetzt dem Letzten klar sein, dass es sich um Irrtumsgebäude handelt und dass sich halt gerade mal wieder die Pharmaindustrie und Medizinindustrie auf Kosten des Restes der Welt einen kräftigen Schluck aus der Pulle genehmigt, also auch auf Kosten aller anderen Milliardärskönige, die nicht Großaktionäre der Pharmaindustrie und Medizinindustrie sind. Ja, Tschüssi, Sophie, für jetzt. Ja, Tschüssi. Ja, Tschüssi. Vielen Dank.